Hallo Hugo, mein Mathelehrer wohnt gegenüber von dir. Er erzählt uns immer von dir. Das ist Cap, Digga. Das ist Cap. Das ist Cap. Oder nichts. Sein Mathelehrer wohnt nicht gegenüber von mir. No Cap. Wie sieht er aus? Hugo Dustin, danke für den Sub. Dankeschön. Weiße Haare. Nee, das macht gar keinen Sinn. Er wohnt gegenüber von mir. Er verarscht mich. Nähe von dir, hat er gesagt. Und was erzählt er über mich? Was du jetzt im Stream sagen kannst? Das Cap, das ist 100% Cap. Da kommt nichts mehr. Er sagt, du hättest einen schwarzen BMW. Ja, gut. Schöne. Da habt ihr mich. Da habt ihr mich erwischt. 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 Scheiße. Ich war gar kein Tesla. Tesla ist scheiße. Oh Gott. Egal. Das war's mit den Paketen. Gut. Okay, Jungs. Ich will nicht, dass es soweit kommt. Aber. Warte, erst mal muss ich ein Outro machen noch. Nee, ein Intro. Ein Intro für die Pakete. Nee, hab ich schon. Glaube ich, oder? Nee, hab ich schon. Ja. Das war's, Jungs. Das war's. Ich werde jetzt offline gehen. Und für drei Wochen nicht mehr online kommen. Traurige Musik. Ganz kurz. Sorry. Ja. Die Zeit ist gekommen. Ich check's erst jetzt. Ich check's erst jetzt. Ich dachte so, ich dachte so in meinem Kopf. Ja, ich mach den Stream aus. Wird komplett normal, Bruder. Komplett vergessen, dass ich drei Wochen weg bin jetzt. Mann, jetzt geh, sonst heule ich. Nein, nein, nein. Wir müssen hierbleiben. Ich muss kurz, ich muss kurz immer nicht einwirken lassen. Ja. Also ich bin jetzt drei Wochen weg. Mach's gut, O7. Genau drei Wochen. Also 21 Tage. Keine Hugo-Streams. Gar nix. Keine Tweets von mir. Kein Instagram von mir. Kein YouTube-Komplett. Videos, glaub ich, wenn die Cutter das hinbekommen. Also YouTube ist die einzige Plattform, wo noch irgendwas kommt. Keine Tweets, keine Insta-Stories. Gar nix. Keine WhatsApp-Gruppe. Nix. Ich bin komplett weg. Für 21 Tage. Äh. Mario Kart. Wee. Ja. Danke schön. Ich denke, ich realisiere es jetzt, was jetzt bald passieren wird. War mir eine Freude, dich kennenzulernen, O7. Das war unser Dank für 30 Grüß. Ähmter, danke für 5 Gibt und Zaps. Ey Bruder, ich hoffe, das eine, was ich hoffe ist, dass ich nach diesen drei Wochen kein anderer Mensch bin. Beziehungsweise ich genau dergleichen bin, nur, dass es mir wieder, also dass es mir, dass es mir besser geht. Also mir geht es eigentlich gut gerade, aber besser. Checkt ihr? Tja. Drei Wochen. Ich will jetzt nur nochmal bildlich, ich will jetzt, ich etche, ich etche den, ich etche das Ende kurz. Ich will nur kurz bildlich. Kannst du mir bitte sagen, was ich in der Zeit machen soll? Es wird so leer sein ohne dich. Ich weiß nicht, was ich mit meinem Leben anfangen soll in der ganzen Zeit. Bin jetzt schon traurig. Ey, Sascha, danke für 50 Grüß. Genießt das Leben, schaut andere Streamer, keine Ahnung. Hugo, mach keinen Blödsinn in den drei Wochen und pass auf dich auf. Wir halten hier die Stellung. O7. Dankeschön, Alex. Dein für 30 Videos. Hier. So Leute, Forza ist fertig runtergeladen. Oh, Schöner. Tja, danke für 30 Grüß. Also. Es wird jetzt ab hier ein komplettes Loch sein bis hier. Checkt ihr das? Digger, das wird's crazy, man. Digger. Hugo, wir werden dich vermissen und hoffen, dir geht es besser. In drei Wochen hab dich lieb. O7. Drei Wochen minus größer als 21 Tage minus größer als er wurde. 21 Suss. Scheiße. Fuck, man. Es werden harte drei Wochen. Paolo, danke für 30 Videos. Und damit würde ich sagen, Mario Kart. Ui. Yahoo. Danke, 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 danke. Dankeschön. Danke, 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 danke. Dankeschön. Wir werden uns in drei Wochen wiedersehen. Ich werde drei Wochen weg sein. Wo kann ich euch leider nicht sagen. Ähm. Passt auf euch auf. Ich hoffe, ich sehe euch natürlich alle nach diesen drei Wochen wieder. Digger, drei Wochen ist so scheiße lang. Das ist krass. Digger, fast ein Monat. Leck meine Ritze, Alter. Also, wir werden uns... Vielleicht schreibe ich nochmal morgen irgendwie auf WhatsApp-Gruppe... Aber ist dir egal. Ich mach's jetzt nicht... Ich mach's jetzt nicht noch lang... Oh Gott, oh Gott. Ich geh jetzt. Ich geh jetzt. Ich geh jetzt. Hau rein, Jungs. Wir sehen uns in drei Wochen wieder. 21 Tage. Ab jetzt. Am 27.05. Komm ich wieder. Dann werdet ihr wahrscheinlich auch wissen, wo ich war. Ja. Danke. Für alle Subs. Da haben wir wieder alle Chatter. Da haben wir viele ganzen Mods. Da haben wir viele ganzen Follower. Wir sehen uns in drei Wochen wieder, Jungs. Hau rein. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020